So, Leute, willkommen zurück zu Curbill Mouse Attack. Das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, aber ich würde eigentlich gucken, ob es laggt, aber da es nicht laggt, das ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte schon, es laggt. Ja, wir machen Welt 3, Level 4. Und Blase! Hallo! Okay, was war das? Wattada! Ist hier oben irgendwas? Nein! Yay! Noch! Soll ich die mal alle verbinden? Ein großer Stern! Und noch ein größerer Stern! Nanananana! 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 Cutter! Nein! Ich will das! Ach, das kann ich nicht machen. Und was macht das jetzt? Ups! Ich glaube, ich hätte das nicht einsaugen sollen. Ich nehme mir mal die Mütze mit und den Schirm, den ich noch nie hatte. Oh, es ist gerade total unübersichtlich, weil ich bin darauf gar nicht vorbereitet. Und ich glaube, ich musste hier runter. Also zumindest denke ich das mal. Also zumindest denke ich das mal. Na gut. Na gut. Die Lunte brennt, die Lunte brennt Feuer! Oh! 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 Okay, man kann. Oh! Oh! Feuer! Oh! 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 Meine Bauarbeit mit. Oh! 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 Nein! Das ist ja egal. Ich freu mich über jedes Level, was ich noch mal machen darf. Warum kommt dieses Vieh jetzt auf einmal? Do I need you? If yes. Kann ich hier runter? Ich hab Angst. Nein, 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 nein. Ich geh erstmal weg. Nein, 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 okay. Schnell, 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 hopp, 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 hopp. Und... BAMS! Und es geht ab... nach... oben! Was bist du? Okay. Wurf! Yay! Wurf, das gab's auch bei Kirby's Adventure. BAMS! BAMS! Ganz genau so war das. BAMS! Ab nach oben. Und ich freu mich, dass ich dieses Spiel wieder spielen kann. Also ich konnte es ja auch schon vorher spielen, aber ich hab's nicht gemacht, weil ich hatte noch genug Aufnahmen. Ich will hier durch. Kann ich das irgendwie? Äh, ich probier mal das. Und was kommt hier raus? Schwert. Vielleicht geht das ja. Weil da muss doch irgendwo nach unten was... wo.. Oh Mann, oh... Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wieso krieg ich das jetzt nicht kaputt? Ich will's wissen. Ich will das haben. Ähm. Nöö. Und hier kaputt. So kann ich es aber auch nicht kaputt machen. Mensch. Da will ich auch hin. Geh weg, Worldi. Oh mein Gott. Ich bin grad total schlecht in diesem Spiel. Nein, 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 bitte nicht. War so klar, oder? Nein, du bist verohnt. Wie soll ich das denn machen? Ich mein, hallo? Komm her, fire. Ah, so kann ich das, ah, da, 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 da. Ich freu mich, ich freu mich. Ich hab's herausgefunden. Wolken kann man also so kaputt machen. Das muss ich mir merken. Autsch. Komm her. Nee. So. Komm, ach nee, scheiße. Mann. Komm, geh weg. Waddle. Waddle-y. Da, 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 da. Irgendwie muss ich das jetzt schaffen. Nein, 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 nein. Oh. Nein, du kriegst das nicht. Fuck, wie soll ich das machen? Mensch, das ist unfair. Warum legt das hier? Oh, nein. Okay. Komm. Komm, geh hin. Los, lauf, 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 louf, lauf, 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 louf. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, auuuh, nein, geh weg, go away with your fucking stamps, nein, stirb, und, ach, Bams, jetzt kam, so, das mitnehmen, äh, was nehme ich raus, das, raus aus dem, ach, raus aus dem, hallo, raus aus dem Körper, danke, Bams, weg, und es laggt wieder, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dieses eine, oh, es läuft schon langsamer, und dann, naja, Farbspray, Lavendel, und ein Geheimschlüssel, yay, cool, das ist extra Level und Level 5, aber als erstes, werden wir mal die Farbe ändern, als erstes haben wir das hier gekriegt, da, den Schlüssel, und jetzt machen wir die Farbe anders, Citrus hatten wir, und jetzt machen wir Lavendel, oh mein Gott, der ist lila, aber er sieht cool aus, Come on, electro boy. Okay, chap-번chs. Woah, 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 envol assignment, come here, come here, come here, da, 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 da,HS, Besuch ihr junto? Solange. Come here. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Trophäen es hier gibt. Nein, nein, nein. Ich finde das cool. Oh, jetzt gibt es hier Blitze oder was? Okay, das ist sozusagen die Blitzwelt. Da, 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 weiter nach oben. Und da ist eine Truhe. Und die... Weg! Sie ist weg! Wo ist sie hin? Mann, das ist unfair. Wo ist ja das? Nintendo! Okay. Okay, okay, okay. Wie mache ich das? Der war ein riesiger Ste... Da, ich... Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Weil das so schnell fliegt. Wo ist hier unten noch irgendwas? Nein! Los, 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 hoch! Ah, der Hintergrund sieht lustig aus. Ich habe null Leben. Ich habe Angst. Kommt jetzt nicht der Sch... Kommt jetzt nicht schon der Boss? Ja, nichts. Ja, der Boss. Ich mache hier einen kleinen Schnitt. Es passt perfekt. Bis gleich, Leute. Tschö. Tschö. você